Unsere Erfahrungen aus über 6000 Vermittlungen jedes Jahr zeigen, es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14 mal günstig ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, als sie im Sozialsystem zu haben. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15 Prozent der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Es macht personalwirtschaftlich Sinn, weil es mit dem Unternehmen etwas macht, es verändert viele Unternehmen zum Positiven und es macht rechtlich Sinn, weil Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben hat und die verpflichtet Österreich Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu geben.